Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Ich kann es nicht. Ich kann mir den Job nicht machen, okay? Das fängt ja nach neun Jahren aus. Hey Coco. Here's my baby. I am a business owner. I run a restaurant in Abbassard called Mitch Meperson. I've had it for five years. I'm also the president of the Abbassard Downtown Business Association. Look, look. This company, we started together. We built it up to this point. And we launched this week. You're my heart, you're my soul. Gibt's nicht ein Lied mit diesem Titel? Keine Liebe mehr, weil ich sie nicht verdiene. Als ob ich sie jemals kennengelernt hätte. Doch. Doch, ich hab sie kennengelernt. Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und Rot-Weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mehr Feierabend? Ah, die lutscht lieber aus wie ne Kabel-Sonnentüte. Ja, und wer's mit sich machen lässt. Das sagt gerade der Ries. Ja, und wer's mit sich machen lässt. 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 Ja, und wer's mit sich machen lässt.